Na, hallo, Hawking ist nicht wahr? Ein wenig einsam heute? Oh, ja, in der Tat, ich vermisse meinen Hund. Oh, heiliger Atomkern, wer zum Teufel bist du? Schwang, Schwang, aber sie können mich Meister nennen. Schwang, Schwang, Digga. Falls das dein richtiger Name ist, wartet ihr Aliens nur ab, bis ich meinen Hausmeister wiedergefunden habe. Sie können uns nicht alle aufhalten, Doktor. Mein Schiff ist zu 100% uneinnehmbar. Hüllenbruch auf Observationsdeck. Achtung, Eindringlinge. Na ja, zu 99,9% uneinnehmbar. Oh, Mist. So, jetzt ist es geil. Jim Dandy, Erdorbit, 10.42 Uhr. Cutscene, immer noch Cutscene. Der Übergriff der Aliens hat begonnen, Doktor, und Sie haben Ihr persönliches Verteidigungstraining noch nicht abgeschlossen. Ich leite ein Notfallprogramm in der Übungsküche ein. Tinkies, wie verwirrend. Du hättest wenigstens warten können, bis ich selber rübergelaufen bin. Die Zeit drängt. Nehmen Sie den Toaster und das Brot auf der Theke. Mach ich jetzt einfach mal. Der Toaster erscheint nun auf der linken Bildschirmseite das Brot auf der rechten. Sie besitzen zwei Inventare, eines für jede Hand, links und rechts. Mit den Auswahl-Tasten hoch-unter werden Gegenstände ausgewählt. Drücken Sie Auswahl-Links um den Toaster in die linke und rechts, um das Brot in die rechte Hand zu nehmen. Auswahl-Tasten hoch-ohr, ich werde das erstmal ein bisschen einstellen. Dr. Hawkins, Inventar hoch, Inventar runter. Linke Hand, eins, und rechte Hand zwei. Okay, und fortsetzt. Wenn Sie zwei Gegenstände ausgewählt haben, können Sie sie mit der Taste benutzen, schießen, kombinieren. Kombinieren. Ich habe Toast gemacht! Lecker! Nehmen Sie schnell die Toast-Scheibe und ich zeige Ihnen, wie man sie isst. Wählen Sie den Toast aus und drücken Sie die Taste für Auswahl links, um ihn zu essen. Okay. Bei Handschuh-Wahl wird jeder andere Ausfall aufgehoben. Das sind die Grundlagen, Doktor. Damit können Sie zahlreiche Gegenstände zu vielen unterschiedlichen Dingen kombinieren, auch zu schlagkräftigen Waffen. Und? Mach's nicht so spannend! Was sind die Kombinationen? Ich weiß nicht, was Sie finden, wilden Doktor, daher kann ich es nicht sagen. Sie sind auch ein schlaues Kerlchen. Sie finden es bestimmt heraus. Nun gut, ich werde das Schiff in 0,0x wieder unter Kontrolle haben. Was? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich brauche kein Glück. Ich habe die Wissenschaft. Und daraus kann man jetzt einen Monotaur-Cocktail machen. Nein, das geht nicht. Ich muss ja noch fahren. Gut. Alles klar. So. Wir spielen jetzt als der Doktor. Das ist immer richtig geil und spaßig. Große. Ja, wir legen einfach mal los. Als der Doktor, das ist eine sehr andere Art von diesem Spiel. Weniger geschossen und so weiter. Jetzt dürfen wir kombinieren und nachdenken. Das macht richtig geil Spaß, das Spiel hier. Ab der Stelle. Das Spiel hat sich gerade kurz aufgehängt. Egal. Bam. 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 Ich glaube, für diesen Teil ist es noch zu früh. Ja, wir haben noch keine Waffen, gar nichts. Erstmal zurück. Diesen Teil ist es noch zu früh, schätze ich mal. Okay. Badezimmer. Badezimmer. Finde ich gut. Ihr Spiegelbild ist zur Zeit nicht verfügbar. Die Geschäftsführer. Schmutzige Handtücher. Sehr gut. Und noch mehr schmutzige Handtücher. Geil. Jetzt können wir noch mehr Molotaur-Cocktails machen. Gemein. Jetzt haben wir drei Molotaur-Cocktails. Erkackt jetzt. Erkackt jetzt. Und gleich bekommen wir Rohre. Sehr appetitlich. Gleich versucht es zu spülen und alles explodiert. Rohre. Handtrockner. Ich versuche, die Rohre mit dem Handtrockner zu kombinieren. Ich habe, um diese beiden Teile zusammenzuhalten. Ich brauche noch Klebeband dabei. Egal. Legen wir mal los. Doktor, haben Sie nicht was vergessen? Ah ja, genau. Hände waschen. Okay, Hose an. Reißverschluss oben. Ich kann loslegen. Waschen Sie Ihre Hände, Doktor. Das Spiel ist mit einem sehr wunderschönen Humor ausgestattet. Finde ich so. Brücke. Da waren wir gerade. Ihr Quartier. Ich gehe mal ins Quartier. Super-Mega-Fliegung. Easter Eggs. Geil. Ich liebe solche Easter Eggs. Hm. Okay, machen wir mal weiter. Wir sollten jetzt... Ich weiß ehrlich nicht, wo es lang geht. Hier ist das Spiel... Was hat er gesagt? Badezimmer. Badezimmer. Brücke. Brücke. Geh nicht mal auf die Brücke. Ich glaube nicht, dass es das war. Ja. Das war es nicht. Klebeband. Das haben wir gebraucht. Wir müssen noch irgendwo Magneten finden. Nein. Das wird die Lounge säubern? Oh yeah. Oh yeah. Ja, pusten. Pusten. Wir haben jetzt einen Pustomat gebaut. Aus dem... Aus Klebeband, Rohren und dem Haartrockner. Ihr Quartier. Ich muss in die Lounge. 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 Geht da weg. Ich muss sie zu der... äh... Fleischfressenden Pflanze pusten. Stimmt ja. Da war irgendwo eine Fleischfressende Pflanze. Ah, gleich da hinten. Geht mal zu der Fleischfressenden Pflanze, Digga. Autsch, du Arschloch. Komm zu mir zurück. Komm zu mir zurück. Lass dich auffressen. Lass dich auffressen. Lass dich auffressen. Lass dich auffressen. Ha. Gut. Die Aliens sind Strohdomen, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Ich werde sie jetzt eine nach dem anderen da hinpusten. Ich kann sie vor mir hin und her bouncen. Das finde ich saugell. Was willst du? Nein, nein. Lasst euch fressen. Lasst euch fressen. Es tut weniger weh, als es aussieht. Ist da hinten noch mehr von euch? Nein. Ich glaube, du bist der letzte Kollege. Du musst jetzt noch gefressen werden. Jetzt aber. Alter. Geh da hin. Geh da hin. Mann. Komm her. Und geh da hin. Da hin. Genau. Ganz genau. Wunderschön. Und jetzt lass dich fressen. Warum rollen die sich direkt zusammen, wenn sie ein bisschen warme Luft abbekommen? Uah, ah, ruckel. So, jetzt wird er gegessen. Das Ding ist explodiert. Hey, hey, nicht weglaufen. Kompliment, Doktor. Das Essen war ausgezeichnet. Ah, für dich nur das Beste, mein grüner Freund. Ich denke, ich sollte mich erkenntlich zeigen. Ah, dieser Toaster ist genau das Richtige. Ja, genau. Jetzt nimmt er meinen Toaster und steckt ihn da rein. Jetzt habe ich einen super Toaster. Ein Atom-Toaster. Bei Jupiter. Jetzt wird gekocht. Jetzt kann ich da mit Schaden einen Toast machen. Butsch, butsch. Uah, zzzzzz. Runterfahren. Oh ja, jetzt wird's ganz interessant. Und boom. Los, Toast, explodiert. Alles klar. Und hier beende ich mal die Aufnahme für heute. Hat mal wieder sehr Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und Genossen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Leer Schi und peace and out, ihr Arschlöcher. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.